KICKER-ALARM! GZSZ-Gerner trifft Jogi Löw und andere DFB-Stars Weltmeisterliche Stimmung bei GZSZ! Die Erfolgsoab durfte schon so einige hochkarätige Gäste an ihrem Set begrüßen, unter anderem spielten die Schweden Rockermann Dodiao im Club Mauerwerk und auch TV-Stars wie Motsi Mabuse, 36, und Frauke Ludowig, 53, statteten der Serie einen Besuch ab. Jetzt beehrten die amtierenden Fußball-Weltmeister den Filmpark Babelsberg zur großen Begeisterung der Schauspieler. Ein wahres WHO oder Sportwelt lief am Dienstag am Set von Deutschlands bekanntester Sub auf, Nationaltorhüter, 27, die Verteidiger Mats Hitz, 28, und J. E. mit Akuta O. mit Circumflex Mebaten, 29, und die Mittelfeldhammer Toni Kroos, 27, und Joshua Kimmich, 22, besuchten die Dreharbeiten. Das schlug den Schauspielern doch bestimmt das Fahnenherz ein wenig höher. Urgestein Wolfgang Barrow, 57, der den legendären Bösewicht Jo Gerner verkörpert, teilte die Erinnerungsfotos auf seinem Instagram-Account. Heute habe ich die Fußball-Prominenz auf dem Film-Gelände in Babelsberg getroffen. Allen voran der wunderbare Jo Gile. Und viele hervorragende Spieler wie und Kevin Trapp, erklärte er seinen Followern die Bilder. Auch Grüße Antje Kawazi, Felix Van de Winter, 21, und Lea Malen-Wittag, 30, knipsten Kicks mit den Sportprofis. Für FC Bayern München-Kicker war es übrigens nicht der erste Set-Besuch, erst im März hatte der 22-Jährige in Babelsberg vorbeigeschaut. Würdet ihr die DFB-Stars gerne einmal in einer Gastrolle beisehen? Stimmt ab! !